Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Seid alle gut in den Tag gestartet. Schönes Wochenende schon einmal. Wünsche ich euch einfach jetzt schon mal. Ist zwar ein wenig früh, trotzdem. Momentan traden wir bei ungefähr 38.000 US-Dollar. Wir haben hier ein kleines Pümpchen gesehen. Gestern Abend noch, beziehungsweise jetzt auch im Laufe des Morgens, lag teilweise an den Amazon-News, haben gute Zahlen geliefert. Deswegen ist auch gestern die Nasdaq noch ordentlich nach oben geschossen. Also vieles ins Plus gedreht. Gleiches sehen wir hier bei Bitcoin. Wir sind hier gestern, wir haben es gestern im Livestream. Also vielen Dank nochmal für den geilen Livestream. Da hat man wieder richtig Bock gemacht. Hier unten in dieser 1-Stunden-Demand-Zone, also unserer Support-Zone hier unten, sind wir gebounced, beziehungsweise haben hier immer wieder das als Support genutzt. War ein bisschen fraglich, ob die überhaupt da nachhaltig hält, weil wir so viel Liquidität da rausgeholt haben. Dann kamen die Zahlen in der Nasdaq, sind nach oben hingepumpt. Und jetzt ist eigentlich unser letzter richtiger Widerstand. Hier oben haben wir noch eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone. Die zeichne ich euch jetzt mal hier live ein. Und diese rote Zone. Diese rote Linie ist die Widerstandszene vom All-Time-High. Wir haben es hier oben, ich kann jetzt da ewig lang ziehen, wir haben immer wieder hier Rejection erlebt, also wurden immer wieder zurückgewiesen. So ist es jetzt auch fast jetzt. Momentan ist wichtig, dass wir jetzt hier vielleicht ein bisschen erstmal konsolidieren, so wie wir es da drüben gemacht haben und dann hier wirklich mal Volumen reinkriegen. Wir haben jetzt Wochenende, das ist jetzt ein bisschen tricky. Jetzt übers Wochenende im Breakout, normalerweise kommen wir dann immer am Montag oder am Dienstag spätestens zu den Kursen zurück. Deshalb wäre es im Endeffekt richtig gut, wenn wir hier nach oben hin pumpen, übers Wochenende Liquidität hier rausnehmen, am Montag oder Dienstag nochmal einen Retest auf dieser Linie sehen und dann weiter nach oben eben steigen. Das wäre jetzt so das Wunsch-Szenario, einfach weil jetzt das Wochenende vor uns liegt. Ansonsten hält diese Zone hier nicht, beziehungsweise werden wir hier wieder Rejected. Ist es weiterhin möglich, wir haben jetzt hier erstmal nochmal eine 4-Stunden- und eine 8-Stunden-Demand-Zone gebildet. Hier diese zwei grünen Boxen, die sind extrem wichtig und weiterhin dieser Bereich bis 36.200 US-Dollar. Ansonsten, nächster Support wäre dann hier unten. Einerseits die 8-Stunden-Demand bei ungefähr 35.000 US-Dollar plus unser Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung. Also es ist weiterhin möglich, dass wir hier nochmal tiefer kommen. Dieser Bereich um 32.000 bis 33.000 US-Dollar behaltet das einfach im Hinterkopf. Ist weiterhin mein Szenario, woran ich festhalte, ist einfach möglich. Ansonsten müssen wir jetzt mal gucken, wir hätten auch hier ein Head & Shoulders dann, was ich hier bilden würde. Auch wenn ich kein Fan davon bin, ich weiß, es geht schon wieder in der Gruppe rum. Aber ich bin kein Fan davon, weil wir keinen wirklichen Abtrend gebildet haben. Normalerweise ist es ein Trendumkehr-Bettern. Gut, wir könnten jetzt sagen, okay, wir hatten jetzt hier einen Abtrend. Fraglich, wahrscheinlich. Also wir können uns gerne mal das Preisziel angucken, damit wir es ja nächstens besprochen haben und nicht heißt, du gehst es nicht an. Ja, schauen wir uns mal kurz runter. Auch hier würden wir bei ungefähr 33.500 US-Dollar landen, circa. Wenn wir jetzt unten diese 1-Stunden-Demand-Zone nehmen, wären wir genau in unserem Preisziel hier unten angelangt. Bei unserer 2- und 3-Stunden-Demand-Zone bei ungefähr 33.000 US-Dollar. Also ihr seht, da unten ist weiterhin eine Menge Konfluenz, es würde viel passen. Wichtig für mich, entweder wir brechen diesen Widerstand von unserem All-Time-High, diese rote Widerstandslinie, oder es geht wirklich nochmal eine Etappe tiefer. Die Möglichkeit besteht, möchte ich nicht ausschließen. Ansonsten, da oben liegt noch der Monats-Pivot in dieser 1-Stunden-Supply-Zone, die wird hier auch noch interessant, ob wir hier überhaupt nachhaltig rüberkommen. Wir haben es aber gestern auch schon mal im Stream angesprochen. Die Möglichkeit besteht weiterhin, dass wir noch ein paar Shorts killen nach oben hin, weil es liegen einfach mehr Shorts vom Volumen her da oben. Wenn wir die dann rejecten und nach unten hingehen, dann killen wir noch ein paar Longs und dann ist alles resettet nochmal und dann können wir human nach oben steigen. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum pumpt ein bisschen mehr, aber auch hier, ihr seht, kein Handelsvolumen, also gar kein Volumen im Markt fast. Ein bisschen mehr als jetzt die vorherige 4-Stunden-Kendel, wobei die jetzt auch in 14 Minuten schon wieder schließt. Unser Golden Pocket liegt hier noch in dem Bereich bei ungefähr 2.850 US-Dollar, das wird jetzt auch interessant. Und bilden wir jetzt hier ein höheres Hoch, werden am Golden Pocket rejected und bilden dann gleichzeitig noch eine Bearish Divergence. Wäre eigentlich perfekte Trendumkehr, das heißt, wir werden hier perfekt rejected und gehen dann die Reise nochmal nach unten, vielleicht in diesem Bereich bei ungefähr 2.400 US-Dollar. Ist eine Möglichkeit, wird sich jetzt zeigen in der nächsten Stunde auf jeden Fall, wie sich das hier unten weiterentwickelt. Ob es hier wirklich zu einer Rejection kommt oder ob wir hier wirklich an diesem Freitag mehr Handelsvolumen reinkriegen und einen Pump da drüber sehen. Werde ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten, Link ist mir unten in der Videobeschreibung. Gut, ansonsten, Cardano, Stable, tut sich wenig weiterhin hier in unserem Key-Level, wenig Bewegung. Können uns mal ein paar Coins von gestern noch angucken. Sand hat den Abtrend weiterhin durchbrochen. 4 Stunden E-Mail-Ribbons rejected, also auch hier kein Handelsvolumen, wo momentan ausbruchsverdächtig ist. Luna, könnte man sagen, okay, hat hier einen doppelten Boden, gefällt mir aber auch nicht, abfallendes Volumen. 4 Stunden E-Mail-Ribbons plus dieses wichtige Key-Level, was wir hier noch liegen haben. Ja, also tut sich wenig. Klar, wir könnten jetzt hier auch noch sagen, was jetzt noch aufgefallen ist. Okay, wir hätten ein schönes Inverse Head & Shoulders, wobei das jetzt nicht wirklich mustergültig ist, sage ich mal. Nicht dieser richtige Abverkauf hier, auch weil wir hier noch ein kleines Doppeltop haben. Also wäre ich vorsichtig. Neckline würde ich sagen, ist ungefähr hier bei 54 US-Dollar nächster Widerstand in dem Bereich zwischen 60 und 63 US-Dollar. Müssen wir mal gucken, ob sich hier noch irgendwas tut in den nächsten Stunden. Werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Engine, 4 Stunden E-Mail-Ribbons als Widerstand, Abtrend gebrochen, kein gutes Zeichen, abfallendes Volumen. Hier sehen wir auf jeden Fall erstmal keinen Pump. Schauen wir uns IOTA an. IOTA kommt langsam wieder in Fahrt. Wir haben ja hier unseren Abtrend, den wir gestern hier im Video eingezeichnet haben. Das war ein bisschen gammlig. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons als Support bestätigt. Jetzt geht es hier in unser wichtiges Key-Level. Und ihr könnt euch vielleicht noch an vor ein paar Wochen das Video erinnern. Wir haben weiterhin ein riesiges Symmetrical Triangle auf dem Daily-Weekly-Chart. Also besteht die Möglichkeit, es ist hier diese rote Linie. Sollten wir hier wieder reinkommen, ist es wieder valide. Dann können wir einfach hier unten von einem Fake-Out sprechen, aufgrund dieser ganzen Marktsituation. Und dieses Symmetrical Triangle ist weiterhin in Play. Müssen wir jetzt mal abwarten, weil hier oben eine Menge, Menge Widerstand auf uns zukommt. Der 200er EMA, wir haben den 200er SMA und den Monats-Pivot, der hier in diesem Bereich noch drin ist. Also hier auf jeden Fall vorsichtig. Der RSI ist relativ hoch. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass sich hier nicht noch irgendwas tut. Ansonsten, Volumen hat ein bisschen zugenommen. Gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns mal noch, was haben wir noch? Polkadot. Wenig Bewegung. Also man sieht es auch hier. Wenig Bewegung hier im Markt. Zeitwärtsphase. Vier Stunden EMA Ribbons. Ich bin mir nicht sicher, was du damit meinst. Könntest du das anders formulieren? Jo. Das hört man jetzt im Video. Egal. Polkadot. Weiterhin Zeitwärtsrange. Vier Stunden EMA Ribbons hier weiterhin. Als Widerstand, beziehungsweise wir haben es jetzt als Support durchbrochen, aber auch wenig hier zu sagen. Chainlink. Hat unser Level hier unten, das haben wir gestern im Livestream besprochen. Hier war eine 8 Stunden Demandzone perfekt auf den Dollar genau getroffen. Vier Stunden EMA Ribbons weiterhin als Widerstand. Volumen abfallend. Langsam aufsteigender Trend. Da wird es wichtig, ob wir hier diese blaue Linie, was wir hier sehen, perfekt rejected worden. Das war unser ehemaliger Abtrend hier. Da wird es jetzt interessant, ob wir hier vielleicht ein hässliches, können wir uns mal anschauen, ein hässliches W-Pattern im Endeffekt bilden. Hier unten den Support gebildet und dann nach oben hin ausbrechen. Das ist aber noch ein bisschen zu früh. Schauen wir dann einfach mal. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es uns in die Kommentare. Und dann gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Handyspiel Worms stößt auf starke Kritik wegen NFT-Plänen. Worms habe ich früher gerne gespielt. Weißt du, ich habe dir das auch gerne gespielt. Ich habe es von dir richtig gebrafft, aber trotzdem. Wenn euch der Artikel interessiert, schaut bei CryptoGuru vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. So, was ist dann heute noch geplant? Um 14 Uhr kommt das PrimeXBT-Video, Copy Trading-Video. Also Copy Trading erklären, Co-Vesting nennt sich das Ganze. Kommt dann um 14 Uhr, dann kommt noch ein Video mit der Krypto-Eule. Könnt ihr auch danach schauen. Schicke ich euch dann alles in die Gruppe. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Bleibt gesund. Wir hören uns dann heute Mittag wieder, morgens früh zu einem Update-Video. Ansonsten in der Telegram-Gruppe. Ich verabschiede mich und wie immer, stay crypto. Ich verabschiede mich und wie immer, stay crypto. Ich verabschiede mich. Vielen Dank.